Ich hab's gewusst, das ist die Hölle! Zehn Minuten seid ihr auf der Bühne und schon habt ihr das Drama! Na, das ist doch ne Top-Besetzung! Ne Nutte und Suelta und ne Ex-Trinkerin! Plus ich Gigi Ortega, Ugo Martial! Nichts als lauter Lied! Schön, schön, schön! Servus Trevi, wie kann man einen solchen Typen lieben? Also Leute, in einer Woche ist Premiere, wir machen jetzt den Durchlauf! Gescheint, ihr seid bereit! Was soll das? Was macht ihr hier? Ich spiele! An dem Scheißdreck spielst du! Wir sind alle da! Alle, alle, alle! Scheiße! Musik Musik MDR 2018